Los, Leute, was geht ab? Wir sind die Scooter Bros. Wir wollten nur sagen, was auf unserem Kanal so läuft. Also, wir haben für unseren Kanal vorgenommen, dass wir den erstmal lange halten wollen und halt unterschiedliche Sachen machen, wie Scooter fahren, Vlogs, Pranks und alles. Sorry, wenn das erste Video so scheiße war. Das war unser erstes Video auf Youtube. Es lag zwar ein bisschen rum. Und wir wollen halt auch... Scheiß Flugzeug! Wir wollen halt auch ein bisschen mehr schneiden und ein Intro herstellen. Wenn ihr ein Intro für uns habt mit Scooter Bros. am Anfang, dann schickt mir das bei Instagram. Erster Link in der Beschreibung. Und ja... Willst du noch was sagen? Ja, das war's eigentlich.